Unheimliche Ähnlichkeit einzigartiger Inserts im 2019 NCOV-Speikprotein mit HIV1GP120 und GIG www.bioxiv.org Abstrakt Wir sind derzeit Zeugen einer großen Epidemie, die durch das neuartige Coronavirus 2019 verursacht wird. Die Entwicklung von 2019 NCOV bleibt schwer fassbar. Wir fanden vier Insertionen im Speik-Glykoprotein, die einzigartig für 2019 NCOV sind und in anderen Coronaviren nicht vorhanden sind. Wichtig ist, dass Aminosäurereste in allen vier Inserts Identität oder Ähnlichkeit mit denen im HIV1GP120 oder HIV1GG aufweisen. Obwohl die Inserts in der primären Aminosäuresequenz diskontinuierlich sind, deutet die 3D-Modellierung des 2019 NCOV interessanterweise darauf hin, dass sie zusammenlaufen, um die Rezeptorbindungsstelle zu bilden. Es ist unwahrscheinlich, dass das Auffinden von vier einzigartigen Inserts im 2019 NCOV, die alle Identität, Ähnlichkeit mit Aminosäuresten in Schlüsselstrukturproteinen von HIV1 aufweisen, zufälliger Natur ist. Einführung Coronaviren sind einzelsträngige Positiv-Sense-RNA-Viren, die Tiere und Menschen infizieren. Diese werden aufgrund ihrer Wirtsspezifität in vier Gattungen eingeteilt, Alpha-Coronavirus, Beta-Coronavirus, Delta-Coronavirus und Gamma-Coronavirus. Es gibt sieben bekannte Arten von Kofaus, darunter 229E und NL63, Genus Alpha-Coronavirus, OC43, HKU1, MERS und SARS, Genus Beta-Coronavirus. Während 229E, NL63, OC43 und HKU1 häufig Menschen infizieren, ereignete sich der SARS- und MERS-Ausbruch in den Jahren 2002 bzw. 2012, als das Virus von Tieren auf Menschen überging und eine erhebliche Sterblichkeit verursachte. Im Dezember 2019 wurde aus Wuhan, China, ein weiterer Ausbruch des Coronavirus gemeldet, der ebenfalls von Tieren auf Menschen übertragen wurde. Dieses neue Virus wurde von der Weltgesundheitsorganisation vorübergehend als neuartiges Coronavirus 2019 bezeichnet. Obwohl es mehrere Hypothesen über den Ursprung von 2019-Encov gibt, bleibt die Quelle dieses anhaltenden Ausbruchs schwer fassbar. Die Übertragungsmuster von 2019-Encov ähneln den Übertragungsmustern, die bei früheren Ausbrüchen dokumentiert wurden, einschließlich durch Körper- oder Aerosolkontakt mit Personen, die mit dem Virus infiziert sind. Fälle von leichter bis schwerer Krankheit und Tod durch die Infektion wurden aus Wuhan gemeldet. Dieser Ausbruch hat schnell weit entfernte Nationen verbreitet, darunter Frankreich, Australien und die USA. Die Zahl der Fälle innerhalb und außerhalb Chinas nimmt stark zu. Unser derzeitiges Verständnis beschränkt sich auf die Virusgenomsequenzen und bescheidene epidemiologische und klinische Daten. Eine umfassende Analyse der verfügbaren 2019-Encov-Sequenzen kann wichtige Hinweise liefern, die dazu beitragen können, unser derzeitiges Verständnis zur Bewältigung des anhaltenden Ausbruchs zu verbessern. Das Speikglykoprotein, S, des Coronavirus wird in zwei Untereinheiten, S1 und S2, gespalten. Die S1-Untereinheit hilft bei der Rezeptorbindung und die S2-Untereinheit erleichtert die Membranfusion. Die Speikglykoproteine von Coronaviren sind wichtige Determinanten des Gewebetropismus und des Wirtsspektrums. Darüber hinaus sind die Speikglykoproteine kritische Ziele für die Impfstoffentwicklung. Aus diesem Grund sind die Speikproteine die am umfangreichsten untersuchten unter den Coronaviren. Wir haben daher versucht, das Speikglykoprotein des 2019-Encov zu untersuchen, um seine Entwicklung, neuartige Merkmalssequenz und strukturelle Merkmale mithilfe von Computerwerkzeugen zu verstehen. Methodik Retrieval und Alignment von Nukleinsäure und Proteinsequenzen Wir haben alle verfügbaren Coronavirus-Sequenzen, n ist gleich 55, aus der NCBI-Virusgenom-Datenbank, www. NCBI NLM N-I-H Gov Abgerufen und die GISA-ID www G-Site Org Um alle verfügbaren Sequenzen in voller Länge, n ist gleich 28, von 2019-Encov mit Stand vom 27. Januar 2020 abzurufen Ein Multiple Sequence Alignment aller Coronavirus-Genome wurde unter Verwendung der Muscle-Software durchgeführt. Basierend auf der Nachbarverbindungsmethode Von 55 Coronavirus-Genomen wurden 32 repräsentative Genome aller Kategorien für die phylogenetische Baumentwicklung mit der MEGA-X-Software verwendet. Als nächster Verwandter wurde SARS-CoV gefunden. Die Glykoprotein-Region von SARS-CoV und 2019-Encov wurde unter Verwendung der Multalin-Software ausgerichtet und visualisiert. Die identifizierten Aminosäure- und Nukleotid-Sequenzen wurden mit der Datenbank des gesamten viralen Genoms unter Verwendung von BLAST-P und BLAST-N abgeglichen. Die Konservierung der Nukleotid- und Aminosäure-Motive in 28 klinischen Varianten des 2019-Encov-Genoms wurde durch Multiple Sequence Alignment mit der MEGA-X-Software dargestellt. Die dreidimensionale Struktur des 2019-Encov-Glykoproteins wurde mithilfe des Swiss Model Online SFRs generiert und die Struktur wurde mithilfe von Pimol markiert und visualisiert. Ergebnisse Unheimliche Ähnlichkeit neuartiger Inserts im 2019-Encov-Speikprotein mit HIV1-GP120 und GIG. Unser Stammbaum der Coronaviren voller Länge legt nahe, dass 2019-Encov eng mit SARS-CoV verwandt ist. Darüber hinaus haben andere neuere Studien das 2019-Encov mit SARS-CoV in Verbindung gebracht. Wir haben daher die Speik-Glykoprotein-Sequenzen des 2019-Encov mit denen des SARS-CoV verglichen. Wir haben festgestellt, dass diese vier Insertionen einzigartig für 2019-Encov sind und in anderen analysierten Coronaviren nicht vorhanden sind. Eine andere Gruppe aus China hatte drei Insertionen dokumentiert, die weniger Speik-Glykoprotein-Sequenzen von Coronaviren verglichen. Bei sorgfältiger Untersuchung des Sequenz-Alignments stellten wir fest, dass das 2019-Encov-Speik-Glykoprotein-4-Insertionen enthält. Um weiter zu untersuchen, ob diese Inserts in anderen Coronaviren vorhanden sind, haben wir ein Multiple-Sequenz-Alignment der Speik-Glykoprotein-Aminosäure-Sequenzen aller verfügbaren Coronaviren, N ist gleich 55, in NCBI-REFSEC durchgeführt. NCBI N-L-M N-I-H Gov Diese enthält eine Sequenz von 2019-Encov. Wir haben dann alle verfügbaren Sequenzen in voller Länge. N ist gleich 28, von 2019-Encov in GISAID zum 27. Januar 2020 auf das Vorhandensein dieser Inserts analysiert. Da die meisten dieser Sequenzen nicht annotiert sind, haben wir die Nukleotid-Sequenzen des Speik-Glykoproteins aller verfügbaren 2019-Encov-Sequenzen mit BLAST-P verglichen. Interessanterweise waren alle vier Insertionen in allen verfügbaren analysierten 2019-Encov-Sequenzen absolut, 100% konserviert. Wir haben dann das ausgerichtete Genom übersetzt und festgestellt, dass diese Inserts in allen Wuhan-2019-Encov-Viren vorhanden sind, mit Ausnahme des 2019-Encov-Virus von Fledermäusen als WIRT. Fasziniert von den vier hochkonservierten Inserts, die einzigartig für 2019-Encov sind, wollten wir ihren Ursprung verstehen. Zu diesem Zweck haben wir das lokale 2019-Encov-Alignment mit jedem Insert als Abfrage gegen alle Virusgenome verwendet und Treffer mit 100% Sequenzabdeckung berücksichtigt. Überraschenderweise war jedes der vier Inserts mit kurzen Segmenten der Proteine des Human Immunodeficiency Virus-1, HIV-1, ausgerichtet. Die Aminosäurepositionen der Inserts in 2019-Encov- und die entsprechenden Reste in HIV-1-GP120 und HIV-1-Geg sind in Tabelle 1 gezeigt. Die ersten drei Inserts waren auf kurze Segmente von Aminosäureresten in HIV-1-GP120 ausgerichtet. Der Einsatz 4 ist auf HIV-1-Geg ausgerichtet. Insert 1, 6 Aminosäurereste und Insert 2, 6 Aminosäurereste im Speik-Glykoprotein von 2019-Encov sind zu 100% identisch mit den Resten, die HIV-1-GP120 zugeordnet sind. Das Insert 3, 12 Aminosäurereste in 2019-Encov kartiert auf HIV-1-GP120 mit Lücken. Das Insert 4, 8 Aminosäurereste kartiert auf HIV-1-Geg mit Lücken. Obwohl die vier Inserts diskontinuierliche kurze Abschnitte von Aminosäuren im Speik-Glykoprotein von 2019-Encov darstellen, ist die Tatsache, dass alle drei Aminosäure-Identität oder Ähnlichkeit mit HIV-1-GP120 und HIV-1-Geg unter allen annotierten Virusproteinen aufweisen, deutet darauf hin, dass dies kein zufälliger Befund ist. Mit anderen Worten, man kann sporadisch eine zufällige Übereinstimmung für eine Strecke von 6 bis 12 zusammenhängenden Aminosäureresten in einen nichtverwandten Protein erweitern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass alle vier Inserts im 2019-Encov-Speik-Glykoprotein zufällig mit zwei Schlüsselstrukturproteinen eines nichtverwandten Virus, HIV-1, übereinstimmen. Die Aminosäure-Reste der Inserts 1, 2 und 3er des 2019-Encov-Speik-Glykoproteins, die auf HIV-1 kartiert wurden, waren Teil der V4, V5 bzw. V1-Domänen in GP120. Da die 2019-Encov-Inserts variablen Regionen von HIV-1 zugeordnet wurden, waren sie in HIV-1-GP120 nicht allgegenwärtig, sondern beschränkten sich auf ausgewählte Sequenzen von HIV-1, hauptsächlich aus Asien und Afrika. Das HIV-1-Gegprotein ermöglicht die Interaktion des Virus mit einer negativ geladenen Wirtsoberfläche und eine hohe positive Ladung auf dem Gegprotein ist ein Schlüsselmerkmal für die Wirt-Virus-Interaktion. Bei der Analyse der Pi-Werte für jedes der vier Inserts in 2019-Encov- und der entsprechenden Abschnitte von Aminosäure-Resten von HIV-1-Proteinen stellten wir fest, dass a, die Pi-Werte für jedes analysierte Paar sehr ähnlich waren b, die meisten dieser Pi-Werte waren 10 plus oder minus 2, siehe Tabelle 1. Bemerkenswerterweise waren die Pi-Werte trotz der Lücken in den Einsätzen 3 und 4 vergleichbar. Diese Einheitlichkeit der Pi-Werte für alle vier Inserts verdient eine weitere Untersuchung. Da keines dieser vier Inserts in einem anderen Coronavirus vorhanden ist, stellt die genomische Region, die diese Inserts kodiert, ideale Kandidaten für die Entwicklung von Primern dar, die 2019-Encov von anderen Coronaviren unterscheiden können. Die neuartigen Inserts sind Teil der Rezeptorbindungsstelle von 2019-Encov. Um strukturelle Einblicke zu erhalten und die Rolle dieser Insertionen im 2019-Encov-Glykoprotein zu verstehen, haben wir seine Struktur basierend auf der verfügbaren Struktur des SARS-Spike-Glykoproteins modelliert. Der Vergleich der modellierten Struktur zeigt, dass sich die Inserts 1, 2 und 3 zwar an nicht zusammenhängenden Stellen in der Primärsequenz des Proteins befinden, sich aber falten, um den Teil der Glykoprotein-Bindungsstelle zu bilden, der den Wirtsrezeptor erkennt. Das Insert 1 entspricht der NTD, N-Terminale Domäne, und die Inserts 2 und 3 entsprechen der CTD, C-Terminale Domäne, der S1-Unter-Einheit im 2019-Encov-Spike-Glykoprotein. Das Insert 4 befindet sich an der Verbindungsstelle von SD1, unter Domäne 1, und SD2, unter Domäne 2, der S1-Unter-Einheit. Wir spekulieren, dass diese Insertionen der Glykoprotein-Bindungsstelle zusätzliche Flexibilität verleihen, indem sie eine hydrophile Schleife in der Proteinstruktur bilden, die Virus-Wirt-Wechselwirkungen erleichtern oder verstärken kann. Evolutionäre Analyse von 2019-Encov Es wurde spekuliert, dass 2019-Encov eine Variante des Coronavirus ist, die aus einer tierischen Quelle stammt und auf den Menschen übertragen wurde. In Anbetracht der Änderung der Wirtsspezifität entschieden wir uns, die Sequenzen des Speik-Glykoproteins, S-Protein, des Virus zu untersuchen. S-Proteine sind Oberflächenproteine, die dem Virus bei der Wirtserkennung und Anheftung helfen. Somit kann eine Veränderung dieser Proteine als eine Veränderung der Wirtsspezifität des Virus wiedergespiegelt werden. Um die Veränderungen im S-Protein-Gen von 2019-Encov und ihre Folgen bei strukturellen Neuernordnungen zu kennen, haben wir eine In-Silico-Analyse von 2019-Encov in Bezug auf alle anderen Viren durchgeführt. Ein mehrfacher Sequenzabgleich zwischen den S-Protein-Aminosäure-Sequenzen von 2019-Encov, Fledermaus-Sars-Typische, SARS-GZ-02 und MERS ergab, dass sich das S-Protein mit der größten signifikanten Diversität aus dem SARS-GZ-02 entwickelt hat. Insertionen in der Speik-Protein-Region von 2019-Encov Da das S-Protein von 2019-Encov die engste Abstammung mit SARS-GZ-02 teilt, wurde die Sequenz, die für Speik-Proteine dieser beiden Viren kodiert, mit der Multi-Alin-Software verglichen. Wir fanden vier neue Insertionen im Protein von 2019-Encov, GTN-GTKR, S1, HKN-NKS, S2, GDSSSG, S3 und QTN-SPRRA, S4. Zu unserer Überraschung fehlten diese Sequenzinsertionen nicht nur im S-Protein von SARS, sondern wurden auch bei keinem anderen Mitglied der Corona-Viridae-Familie beobachtet. Eine Viridae ist vereinfacht gesagt eine Virenabstammung kategorisiert nach einzigartigen Merkmalen, Anmerkung von Markus Pitsch. Dies ist erschreckend, da es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ein Virus in kurzer Zeit solche einzigartigen Einfügungen auf natürliche Weise erworben hat. Insertionen haben Ähnlichkeit mit HIV Es wurde beobachtet, dass die Insertionen in allen genomischen Sequenzen des 2019-Encov-Virus vorhanden sind, die aus den jüngsten klinischen Isolaten verfügbar sind. Um die Quelle dieser Insertionen in 2019-Encov zu ermitteln, wurde ein lokaler Abgleich mit BLAST-P durchgeführt, wobei diese Insertionen als Abfrage mit dem gesamten Virusgenom verwendet wurden. Unerwarteterweise wurden alle Insertionen mit dem Human Immunodeficiency Virus-1, HIV-1, abgeglichen. Weitere Analysen ergaben, dass mit 2019-Encov ausgerichtete Sequenzen von HIV-1 vom Oberflächenglykoprotein GP120, Aminosäuresequenzpositionen, 404 bis 409, 462 bis 467, 136 bis 150, und vom Geekprotein, 366 bis 384 Aminosäure. Das Geekprotein von HIV ist an der Membranbindung des Wirts, der Verpackung des Virus und an der Bildung von virusähnlichen Partikeln beteiligt. GP120 spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung der Wirtszelle durch Bindung an den primären Rezeptor CD4. Diese Bindung induziert strukturelle Umlagerungen in GP120, wodurch eine Bindungsstelle mit hoher Affinität für einen Chemokinko-Rezeptor wie CXCR4 und oder CCR5 entsteht. Diskussion Der aktuelle Ausbruch von 2019-Encov rechtfertigt eine gründliche Untersuchung und ein Verständnis seiner Fähigkeit, Menschen zu infizieren. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Präferenz des Wirts von früheren Coronaviren gegenüber diesem Virus deutlich geändert hat, haben wir die Änderung des Spike-Proteins zwischen 2019-Encov und anderen Viren untersucht. Wir fanden vier neue Insertionen im S-Protein von 2019-Encov im Vergleich zu seinen nächsten Verwandten, SARS-CoV. Die Genomsequenz aus den jüngsten 28 klinischen Isolaten zeigte, dass die für diese Insertionen-Codierende-Sequenz unter all diesen Isolaten konserviert ist. Dies weist darauf hin, dass diese Insertionen vorzugsweise vom 2019-Encov erworben wurden, was ihm einen zusätzlichen Überlebens- und Infektiositätsvorteil verschafft. Als wir tiefer eintauchten, stellten wir fest, dass diese Insertionen HIV-1 ähnlich waren. Unsere Ergebnisse unterstreichen eine erstaunliche Beziehung zwischen dem GP120 und dem GEC-Protein von HIV mit dem 2019-Encov-Speich-Glykoprotein. Diese Proteine sind entscheidend für die Identifizierung und Anheftung der Viren an ihre Wirtszellen und für den viralen Zusammenbau. Da Oberflächenproteine für den Wirts-Tropismus verantwortlich sind, implizieren Änderungen dieser Proteine eine Änderung der Wirtsspezifität des Virus. Berichten aus China zufolge gab es im Fall 2019-Encov einen Gewinn an Wirtsspezifität, da das Virus ursprünglich dafür bekannt war, Tiere und nicht Menschen zu infizieren, aber nach den Mutationen hat es auch für Menschen Tropismus gewonnen. Im weiteren Verlauf zeigte die 3D-Modellierung der Proteinstruktur, dass diese Insertionen an der Bindungsstelle von 2019-Encov vorhanden sind. Aufgrund des vorhanden Seins von GP120-Motiven im 2019-Encov-Speich-Glykoprotein an seiner Bindungsdomäne schlagen wir vor, dass diese Motivinsertionen eine erhöhte Affinität zu Wirtszellrezeptoren bereitgestellt haben könnten. Darüber hinaus könnte diese strukturelle Veränderung auch das Spektrum der Wirtszellen vergrößert haben, die 2019-Encov infizieren kann. Nach unserem besten Wissen ist die Funktion dieser Motive bei HIV noch nicht klar und muss erforscht werden. Der Austausch von genetischem Material zwischen den Viren ist bekannt, und ein solcher kritischer Austausch unterstreicht das Risiko und die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen scheinbar nicht verwandten Virusfamilien zu untersuchen. Schlussfolgerungen Unsere Analyse des Speik-Glykoproteins von 2019-Encov ergab mehrere interessante Ergebnisse. Erstens identifizierten wir vier einzigartige Inserts im Speik-Glykoprotein von 2019-Encov, die in keinem anderen bisher gemeldeten Coronavirus vorhanden sind. Zu unserer Überraschung wurden alle vier Inserts im 2019-Encov auf kurze Segmente von Aminosäuren im GP120 und GEG von HIV1 unter allen annotierten Virusproteinen in der NCBI-Datenbank abgebildet. Diese unheimliche Ähnlichkeit der neuartigen Inserts im 2019-Encov-Speik-Protein mit HIV1, GP120 und GEG ist wahrscheinlich kein Zufall. Darüber hinaus legt die 3D-Modellierung nahe, dass mindestens drei der einzigartigen Inserts, die in der primären Proteinsequenz des 2019-Encov-Speik-Glykoproteins nicht zusammenhängend sind, konvergieren, um die Schlüsselkomponenten der Rezeptorbindungsstelle zu bilden. Bemerkenswert, alle vier Inserts haben Pi-Werte von etwa 10, die Virus-Wert-Wechselwirkungen erleichtern können. Zusammengenommen deuten unsere Ergebnisse auf eine unkonventionelle Entwicklung von 2019-Encov hin, die weitere Untersuchungen rechtfertigt. Unsere Arbeit hebt neue evolutionäre Aspekte des 2019-Encov hervor und hat Auswirkungen auf die Pathogenese und Diagnose dieses Virus. Die Quellenangaben zu diesem Artikel finden Sie im englischsprachigen Originaltext, zur besseren Lesbarkeit habe ich diese hier entfernt. Der Link zum Artikel befindet sich wie immer in der Videobeschreibung.